Herzlich Willkommen zu einer neuen Sonne Engelbots Epic. Wir sind auf dem Kobalt Plateau 5 und ich habe mal nachgeschaut. Der rote Vogel hat eigentlich als einzigster von den Vögeln gar keinen richtigen eigenen Namen. Er wird einfach nur mit Wett bezeichnet. Ok, ähm, ja. Sollte haben wir wieder einfach dran. Der rote ist eklig. Die anderen sind eigentlich recht vereinfacht. Deswegen beteiligen wir die Rote. Sollte haben wir den Rote angreifen. Dann gucken wir uns alle an. Ok. Sehr schön. Er wird jetzt eh den Roten angreifen. Das heißt, wir können noch nicht auf alle gehen. Also können wir dann extra schön gehen. Hehehe. Hehehe. Alle greifen sich auf den roten Vogel ein. Das sind ja viel Spaß. Ok, damit können wir natürlich alle eines von Platz kommen werden. Hiermit gehen wir auf ihn. Und das sind ja auch so lange. Und hier ist einfach schnell. Gut. Das war Kobayak-Hopo 5. Er ist am Bein. Und wir haben unsere 2 Stange. Und schon wieder kein Mixkarbonus. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Angel Box Apple. Bis dann. Ciao, ciao.